Juuu, was geht ab, King Nation? Hyswin, King hier. Junge, mach deine Musik neuse, Mann. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Polen. Ja, nach Polen, das ist unser erstes Spiel. Week 1. Wir spielen Samstag, also morgen, in Polen. Wir fahren jetzt kurz noch was essen. Dann treffen wir uns mit den anderen. Haben wir so zehn Stunden, sind eingeplant, aber es werden immer mehr. Und ja, hab meine Haare gemacht. Look good, play good, ihr wisst Bescheid. Und ich nehm euch mal heute wieder mit. Wir sehen uns, die. Ja. So hübsch, gell? Ja. Das ist der wahre Amber, digga, Alter. Ich guck mal, wie nah ich an ihn ran kann. Ich weiß nicht, er mag das nicht, wenn man so nah an ihn rangeht. Und Joey, die auch drücken. Das sind seine ... Jaja, ne? Zwei, drei Zuschauer gegangen? Naja. Easy, wirklich. Easy, wirklich. Oh, oh. Ich hab doch gesagt, er ist hübsch, egal. Was hat man, Bruder? Alles gut. Ihr Video ist eine Minute lang, und dann haben wir wieder 15 Minuten voll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, will ich rein? Ach nee, ich komm sowieso nicht rein. Ich bin zu weiß. Das kommt extra rein. Ja, er hat mich wirklich schön in der Welt. Und dann hat er schön aufgeschnitten. Alles. Dieses Gesicht reinschleitet, wie er grad sagt, ich bin zu weiß. Ich bin zu weiß. What? Ich bin zu weiß. Bro, what are you talking about, man? Egal, laberst du für Scheiße, egal Scheiße, wir sehen uns gleich. Wir sind jetzt im Bus. Erstmal ausschneiden. Wir fahren gleich los. Ich hab mir hinten meinen Platz gescheift, wo es verscheint. Die ganze Reihe gehört mir. Wenn einer redet... Es ist hinten ganz. Ich glaub ich nicht. Will er an der Platte oder was? Es wird von links und rechts gescheuert. Hey, geh mal weg da. Mach mal. Die ganze Reihe gehört mir. Ich zeig euch gleich. Das ist die Wahrheit. Es ist ein Laberkopf. A few minutes later. Ich hab mich nicht rechtes mal. Ich hab mich nicht gerechnet, Digga. Schau euch nicht. Ich auf die Reihe gehört mir. Ich zeig euch gleich. Ich hab immer noch Platz, bevor ich ausklasse. Police Officer! Lass mich mal noch Platz, bevor ich ausklasse. Josh, ist das? Nur Rissen aufhanden bleiben. Es kommt noch ein Minute, es ist länger das Leben so viel. Nur Rissen ohne Spaß. Du hast zu viel gespielt, Jammu-Mam. Alter, ich spiel zu viel, ne? Verstehst du, Bruder? Ich spiel zu viel auf, oder? Kein richtig. Bist du gut? Ja, ich hab alles auf dem Tab, Bro. Ich hab alles auf dem ... Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause. Hier irgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Mit Ravi, my best friend. Say something, Ravi. Let me drive the bus. I don't know where I am. Ja, man, wir sind jetzt irgendwo hier. Dann kurz ein kleines Walkthrough. Leute, wir gehen kurz anders durch. Formation, Taktik, und ja, man. Lies jetzt ein bisschen die Sonne, uns auch ein bisschen bräunen. Und das ist nämlich noch Hammer Cotsbury. Er lögt, er lögt, er lögt. Was hast du gemacht? Ich zeig euch später ein Video, wie da war es. Mann! 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 Ey, boah! Ich hörte, dass du das FIFA-Spiel verloren hast. Nein, ich hatte. Du hast nicht verloren? FIFA! Dan freude dir ich nach Alabama mit Stefan! Das Adrian coordinates die lég容. Mann, Mann, Mann! Mann kann du den所, woher was �ing? Mann. 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 Mann! Mann! Das ist dein Zimmer, Digga. Was machen wir jetzt, Digga? Das ist mein Latte-Paket. Von dem, von mir gesponsert, Digga? Oder von Erika. Nimmatär. Weißt du, was das ist? Von Niklas Fehm, Digga. Verstehst du? Machst du dir das Blatt oder was? Machst du dir das Blatt oder was du? Machst du dir das Blatt oder was du dir das Blatt oder was du dir das Blatt oder was du dir das Blatt? Das ist mein Moment, Brö. I'm gonna come, pullin... Tell her wass up coach! Wassup, wassup, wassup y'all! Kicking in here with his pool! Over here in Brasal! Kid, come in and get it! komm und komm und komm und komm du kennst du das Geld? Geld 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 und du wassup? du bist bescheid alles kaputt was ist das? alles kaputt ich habe die Gain verpackt ich habe die Hände, ein bisschen Reis, ein bisschen Ketchup du bist in den alten Zeiten, ne, Jus? Egal, du hast echt eine Plot gemacht ich habe das Plot, nimm dich Bist du? das ist Toto du bist zu beschwärmen? Ein bisschen. Ein bisschen. Wir essen jetzt fertig. Dann gehen wir gleich in unser Zimmer. Dann kriegt ihr ein kurzes Update. Schicken ab, Leute. Diesmal bin ich leider nicht mit meinem Freund Barry in einem Zimmer. Ich bin jetzt mit Big Josh in dein Zimmer. Ich hab unbedingt gefragt, dass er mir in dein Zimmer will. Deswegen bin ich jetzt mit meinem Zimmer. Schauen wir mal, wer wo schläft. Ich zeige euch unser Zimmer. Ja, ja. Guck mal links. Welches Bett nehme ich denn, Digga? Links oder rechts? Ich gehe links. Genau hier links gehe ich mit meinem Kopf. Weil ich wisse meinen Kopf am Nacken gehen. Das ist Bescheid. Ein bisschen Aussicht. Man sieht nichts, Digga. Wir sind jetzt angekommen. Packen so eine Sachen. Gehen können wir uns duschen. Dann treffen wir uns gleich einmal zum kleinen Meeting. Dann ist der Tag auch vorbei. Wir sind, glaube ich, 11 Stunden gefahren. Ich bin kaputt. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Auf einen neuen Tag. Ne? Und ja, Mann. Salut! Au revoir! Tu nicht so, Junge. Er will drinnen sein. Aber du willst gar nicht reinkommen. Junge, sag was du sagst. Du hast das letzte Wort heute. Okay, Mann. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Morgen. Morgen, Leute. Get up. Guten Morgen. Was geht ab? Was geht ab? Es wird wieder Bade am neuen Tag. Heute ist Gameplay. Wisst ihr wisst, was es heißt. Heute ist Shutdown. Wir gegen Dund. Rocklore, Panthers. Ähm, ja, ich komme gerade vom Frühstück. Konnt euch leider nicht mit ihr, weil ich war tot. Gute Morgen. Gute Morgen. Ich muss erstmal kurz recoveren. Wisst ihr Bescheid? Ja, äh, unser Plan jetzt sieht so aus, dass wir gleich Meetings haben. Wo wir nochmal alles durchgehen. Danach haben wir ein Pre-Game-Meal. Dann mental vorbereiten. Und dann, ja, glaube ich, fahren wir auch schon los. Äh, wir haben Glück, dass unser Spiel erst um 17 Uhr anfängt. Es zahlen konnten wir uns ein bisschen ausrufen von der langen Fahrt gestern. Ich gehe mich jetzt ein bisschen entspannt. Dann, äh, gehe ich gleich runter zum Meeting. Und dann, ja, bald versuche ich euch wie immer das Beste zu zeigen. Euch mitzunehmen. Aber ich muss mich natürlich auch auf das Spiel konzentrieren. Aber ich versuche so viel mitzunehmen, wie es geht. Deshalb, wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Guten Morgen. Wir beginnen zum, äh, Essen. Und jetzt ein kleines Mehl, bevor wir losfahren. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt kommt er wieder so mit einer Kamera. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Verstehst du? Ja. Wir haben das kleines Essen und danach haben wir los, oder? Und dann sehen wir uns das Stadion wieder. Natürlich. Wie immer. Du musst ja mal kurz raustun. Ich muss raustun? Ja. Ich muss keine Spaghetti sein. Bruder, ich weiß so, Bruder. Ich muss mal kurz drauf schauen. Ich nehme meinen Augen auf und ich lege den donc. Also mache ich meinen Augen. Ich muss mich auf, oder? Ich nehme meinen Augen auf, oder? Ich nehme meine Augen auf. Ich nehme meine Augen auf. Ja, ich nehme meine Augen auf. Wir haben uns gedacht Leute, wir sind jetzt hier im Stadion, wir haben immer kurz Zeit auf den Platz zu gehen, uns mit der Umgebung vertraut zu machen, ein bisschen zu atmen, Platz anzugucken, wie es wird. Sprachen lernen babbel. Ja, aber wie sich der Platz ein bisschen, ihr wisst ja was ich meine. Und ja, man Digga, Malik Stanley ist jetzt hier. Er hat ja hier gespielt, das ist ja bei uns, also ist ein altes Team, aber er wird aufhören. Ja, was geht, was geht? Alles gut? Ja, Mann. Ich zeige euch jetzt den Platz und die Joss zusammen, zeige euch einmal ein bisschen, wie geil das hier aussieht. Also Polen hat echt ein geiles Stadion und so, kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und ja, genießt es einfach und Peace. nicht cool, du bist! Joss und das Landbacker. Joll Josef, ich bin ein Linebacker. Kerstin, mein Knie ist ein Knie. Knie ist ein Knie. Lukas und der Anrund ist ein Rundbacker. Ein Lied-Guy. Jetzt nerven die die mal ein bisschen, ne? Warte mal, Digga, wie fühlst du dich heute, Digga? Ja? Drei nicht, Bro. Zähne more, Drei nicht. Zähne, sagst du? Warte einfach auf, lass, Bro. Zähne more mit dem, Bro. Ja, das war's eigentlich. Ich geh jetzt auch ein bisschen hier rum, guck mir das ein bisschen hier an. Und dann sehen wir gleich in der Kabine, ne? Ja. Mach ein was cooles, mach ein was cooles. Mach ein was cooles, Bro. Das war's cool! Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of ourselves from the daylight From the daylight, running from the daylight From the daylight, running from the daylight Und dann ist der Blog vorbei, wir haben leider gegen Prun verloren. Es hat nicht geklappt, wie es klappen sollte, alles passiert aus dem Grund, wir lernen jetzt daraus und ja, am nächsten Mal wird es besser, he is well out. Guten Morgen! Tschüss! 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 Tschüss!